Hi ihr Lieben, heute geht es um sechs Modefehler, die uns älter wirken lassen, ohne dass wir es merken. Und ich zeige euch auch einige Beispiele, sodass ihr am Ende des Videos wisst, was in eurem Outfit euch vielleicht älter wirken lässt, als euch lieb ist. Bevor ich starte, es geht in diesem Video nicht darum, kampfhaft jünger zu wirken, weil man mit seinem Alter nicht klarkommt oder jung aussehen zu müssen. Ihr habt nach dem Video fünf kleine Änderungen im Outfit, mit denen man jünger aussieht, geschrieben, dass ihr gerne mehr zu dem Thema sehen wollt, welche Kleidung wirkt altbacken. Und das zeige ich euch gleich. Die Ursache für altbacken wirkende Outfits sehe ich aber auch so ein bisschen in der Modeindustrie. Denn zwischen Teenie-Mode mit Crop-Tops und anderen Crazy-Fummeln und Best-Ager-Mode, also Mode ab 50, ist irgendwie modisches Niemandsland. Also diese Zielgruppe, ich sag mal zwischen 25 und 50, wird irgendwie so gar nicht bedient, hat man manchmal das Gefühl. Und die Mode ab 50 ist, gelinde gesagt, auch nicht immer das, was man unter Stilvoll versteht. Naja, ich starte mal mit Modefehler Nummer eins, sich altersgerecht kleiden. Viele Frauen denken ja, dass sie ab einem bestimmten Alter gewisse Teile nicht mehr tragen sollten, wie zum Beispiel kurzärmelige Tops, ärmelose Tops oder Röcke, die kürzer als knielang sind. Manche Frauen tragen auch gar nichts Körperbetontes mehr, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, um nicht peinlich zu wirken oder schief angeguckt zu werden. Klar, es gibt eine Zeit und einen Ort, um Haut zu zeigen und ein Minirock ist im Büro vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Aber ansonsten lasse ich mir in meinen 40ern nicht vorschreiben, was ich anziehen darf und was nicht. Denn es ist einfach nicht zeitgemäß, sich an starre Moderegeln zu halten, die sich irgendein Schlaumeier mal ausgedacht hat. Ja, Frauen sehen heute mit zunehmendem Alter immer besser aus, kennen ihre Schokoladenseiten und sind selbstbewusst wie nie. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Stilikonen zwischen 65 und 98, die auf altersgerechte Kleidung pfeifen und bei denen man sich einiges abgucken kann. Hier seht ihr zum Beispiel Carine Rortfelde. Mein Französisch ist sehr eingerostet, verzeiht mir. Das ist die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue und die zeigt uns, dass man mit über 60 noch baufrei tragen kann. Es sieht auch kein bisschen auf Jung getrimmt aus, sondern einfach sehr stilvoll und elend in der Comedy, die sie trägt. Dann die Schauspielerin Helen Mirren, die 64 ist. Man sieht sie fast nie in tristen Farben und irgendwas an ihrem Outfit ist immer jugendlich oder sexy. Hier betont sie zum Beispiel sehr schön ihren Busen und trägt eine frische Farbe, die ihr unheimlich gut steht. Und Catherine de Neuve scheut nicht vor lauten Prints, kurzen Ärmeln und Highheels zurück. Sie ist ein absoluter Freigeist und zeigt das auch mit dem, was sie trägt. Man sieht, man kann wirklich in jedem Alter ein feminin elegantes Outfit mit ein paar sexy Highlights tragen. Lauren Hutton, 670, macht ihre eigene Moderegeln und trägt alles vom Converse-Sneaker bis zum androgynen Smoking. Sie trägt einfach, wozu sie Lust hat. Und was kann man von ihr lernen? Einstellung ist alles. Wenn man völlig selbstbewusst und ganz selbstverständlich seine Lieblingsteile trägt, kriegt man immer Anerkennung von anderen. Man wird nur von Menschen mit eher kleinem Horizont vielleicht schief angeguckt, aber insgeheim bewundern sie einen oder sind sogar neidisch. Dann noch ihres Apfel, die New Yorker Mode-Ikone, die mit 97 ihren ersten Model-Vertrag unterschrieben hat. Sie zeigt uns, dass das Leben zu kurz ist für langweilige Looks und lebt ihren Spaß am Mode einfach zu 100% aus. Also, altersgerechtes Kleiden, weg damit. Zunächst der Modefehler, den eigenen Körper verstecken. Also den Körper in Gewänder verhüllen, Walle-Walle-Look tragen. Das lässt einen leider immer älter wirken, als man ist. Dabei hat jede von uns ihre Schokoladenseiten und kann ihr Outfit um diese Schokoladenseiten herumbauen. Und das gibt einem auch einen Selbstbewusstseinsschub. Denn das Outfit basiert auf etwas Positiven und nicht auf negativen Gedanken wie Wie verstecke ich meine Winkearme? Wie verstecke ich meinen Bauch? Wie kaschiere ich meine Oberschenkel? Und so weiter. Es geht also darum, das Outfit immer auf Figur zu bringen, eine Balance zu schaffen. Wenn man zum Beispiel seine Beine mag, kann man sie mit engen Hosen betonen und obenrum eine Oversize-Bluse tragen zum Beispiel. Wenn man jetzt eine schlanke Taille hat, die man gerne zeigt, könnte man körperbetonte Tops tragen und eine weite Hose oder einen weiten Medirock dazu. Oder ein weites Kleid, über dem man einen Taillengürtel trägt. Oder wenn man es gerne in Dekolleté zeigt, dann hat man eine schöne Bluse, die den Blick so in diese Richtung lenkt. Und untenrum kann man dann auch etwas weiteres oder verhüllenderes tragen, wenn man möchte. Es geht also darum, eine Balance zwischen weit und eng zu schaffen. Und das geht auch in einzelnen Teilen, wenn man zum Beispiel eine Bluse mit einem weißen Arm, aber einem engen Saum trägt. Oder eine Marlenehose, die an der Hüfte und am Po eng sitzt und darunter weit ausläuft. Diese kleinen figurbetonenden Details lassen einen definitiv junger aussehen oder nicht älter als man ist. Auch strukturierte Kleidungsstücke sind super dafür, wie ein Blazer, so wie der, den ich heute trage, der die Schultern betont. Man kann also eine Figur erkennen und das sieht immer besser aus, als wenn alles sehr weit ist. Ich hatte nämlich vor dem Video, ich habe mich ungefähr fünfmal umgezogen, ich hatte einen Cardigan, einen weiteren. Vielleicht probiere ich den jetzt nochmal für euch an. Aber da sieht man direkt, das sieht dann nicht so gut. Das sieht so ein bisschen so, ja, Mutti ist unterwegs aus. Das sieht dann schon etwas angezogener aus und man sieht einfach meine Figur. Modefehler Nummer drei, der einen älter wirken lässt, Kleidung, die nicht richtig sitzt. Also wenn man Kleidung trägt, die vor zwei Jahren perfekt gepasst hat, aber jetzt nicht mehr, denn vielleicht war man schwanger oder man hat zugenommen oder abgenommen. Ja, man sollte immer seine aktuelle Figur als Basis nehmen für seine Teile. Und wenn ein Teil nicht mehr perfekt passt, dann lieber von einem guten Schneider ändern lassen, auf den eigenen Leib schneidern lassen sozusagen. Und es lässt einen nicht nur jünger wirken, sondern es lässt auch immer die Figur besser aussehen. Und das Outfit sieht insgesamt edler und teurer aus, als wenn man schlecht sitzende Kleidung trägt. Modefehler Nummer vier, wenn man Retro-Teile aus der Jugend trägt. Also wenn man zu sehr an Teilen festhält, die man früher gerne getragen hat. Ein Beispiel, Jeggings mit niedrigem Bund, also diese Mischung aus Leggings und Jeans mit diesem extrem niedrigen Bund, haben wir alle in den 2000ern getragen und geliebt, weil ultra bequem. Aber wenn man jetzt so eine Hose trägt, dann wirkt es schnell so, als sei man ein bisschen in seiner Jugendzeit stecken geblieben und käme nicht so gut mit seinem Alter klar. Also ein bisschen Vorsicht bei altmodischen Teilen oder bei Vintage-Teilen. Das heißt jetzt nicht, dass man sie entsorgen muss, auf gar keinen Fall. Man kann sie trotzdem weitertragen. Mein Tipp ist, sie einfach mit modischeren Teilen zu kombinieren. Und dazu habe ich auch ein Video gedreht, wie man altmodische Teile up-to-date bringt. Ich verlinke euch das mal hier oben. Also man wirkt immer jünger, wenn man mit der Mode geht, aber andererseits nicht zu trendy unterwegs ist, denn dann wirkt man wie ein Modeopfer. Also es ist eine Gratwanderung. Also ich sehe es eigentlich immer als das höchste modische Ziel an, so auszusehen, wie man ist. Also die Kleidung, die man trägt, ist man selbst in Form von Kleidung, weil es einfach die eigene Persönlichkeit, die eigene Lebenseinstellung widerspiegelt und perfekt zum eigenen Körper passt. Da kann man halt auch Trends einfach mal ignorieren, wenn sie nicht perfekt zu einem passen. Modefehler Nummer 5, seinen eigenen Stil nicht weiterentwickelt. Also wenn man seit Jahren die gleichen Teile, die gleichen Kombis trägt, weil man sich sagt, ich habe mein Ziel gefunden, das trage ich jetzt für den Rest meines Lebens. Das kann halt auch manchmal so ein bisschen aussehen, als wollte man nicht älter werden, als würde man so ein bisschen auf der Stelle rumtreten. Also mein Tipp, sich in jedem Alter immer wieder neu erfinden. Wir Menschen verändern uns ja, unsere Interessen verändern sich, unsere Einstellungen zu bestimmten Dingen ändern sich, unser Körper verändert sich. Ja, und dann sollte auch das Outfit sich an dieses neue, veränderte Ich anpassen. Ein Beispiel, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, wieder Kleider zu tragen im Sommer, nachdem ich lange Zeit einfach immer nur Jeans getragen habe. Ich bin ein sehr bequemer Mensch und Jeans, so als Mutter von einem kleineren Kind, ist einfach das Beste, was es gibt. Aber in Kleidern habe ich mich dann einfach feminin gefühlt. Diese Beinfreiheit ist so toll im Sommer, man schwitzt nicht so wie in einer engen Jeans. Und ja, das hat mir einfach gut getan, diese kleine Veränderung. Und ja, jetzt zum Beispiel habe ich auch wieder mehr Lust auf elegante Lokes, auf High Heels, wobei ich das bisher noch nicht umgesetzt habe. Aber ich habe einfach wieder Lust, ein bisschen femininer, eleganter auszusehen, nachdem ich jahrelang sehr, sehr casual rumgelaufen bin. Also mein Tipp, in jedem Alter ein bisschen über den Tellerrand schauen, so ein mini bisschen aus der Komfortzone heraus bewegen. Und man fühlt sich selbst besser und man wirkt jünger. Fehler Nummer sechs, die falschen Farben tragen. Ja, mit zunehmendem Alter macht es immer mehr aus, welche Farben man in Gesichtsnähe trägt. Trägt man sehr triste Farben wie schwarz, beige, dann kann einen das oft blass, müde und auch älter wirken lassen, sagt sie, während sie schwarz und beige trägt. Es ist ein Riesenvorteil, wenn man weiß, welche Farben einen frisch und gesund wirken lassen. Das kann man durch viel Herumprobieren herausfinden oder auch, indem man seinen Farbtyp ermittelt. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gedreht. Ich verlinke das mal hier, wie man selbst DIY zu Hause seinen Farbtyp ermittelt. Die eine Sache ist, die Farben in Gesichtsnähe zu tragen, die einem gut stehen. Die andere Sache ist der psychologische Aspekt von Farben. Es gibt Farben, die auf das menschliche Gehören einfach mit Jugend assoziiert werden. Dazu gehören leuchtende Farbtöne wie Himbeere, Pastelltöne wie zum Beispiel ein Lavendelton oder frische Farben wie Türkis. Und wenn man diese jugendlich wirkenden Farben trägt, wird man von seiner Umgebung auch jünger eingeschätzt. Das ist ein optischer Trick. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gedreht, das verlinke ich euch mal hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video heute. Wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das kleine Glöckchen, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss!